Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Fragen über Fragen zum Thema Fotografie hat mir gestellt der Sven. Sven ist ein Zuschauer und hat mir eine ziemlich lange E-Mail mit vielen unterschiedlichen Fragen zum Thema Fotografie gestellt. Und auch zum Thema seiner Nikon Z8. Und die Themen sind so breit aufgestellt und teilweise auch so für die Allgemeinheit interessant, dass ich mir vorgenommen habe, ich beantworte das Ganze nochmal in einem Video. So hat nämlich nicht nur der Sven etwas davon, sondern natürlich ihr auch und zwar einen Mehrwert an Wissen für die Fotografie. Wenn ihr wissen wollt, welche Fragen der Sven mir gestellt hat, wie ich darauf antworte und ob ihr vielleicht das ein oder andere an Wissen für euch noch mitnehmen könnt, dann bleibt dran, denn ich werde seine Fragen beantworten und zwar in diesem Video. Es geht also um Fragen, um die Fragen, die Sven mir per E-Mail geschickt hat. Zum Thema E-Mail und Beantworten zum Fragen, bitte dranbleiben, möchte ich am Ende des Videos nochmal eine kleine Anmerkung machen. Aber erstmal kümmern wir uns natürlich um die Fragen, die Sven gestellt hat. Der Sven ist nämlich unterwegs mit der Nikon Z8 und dem 24-120mm. Die Fragen, die er gestellt hat, beziehen sich aber im Grunde gar nicht auf die Kamera, sondern sind so allgemein, dass sie sich auf alle anderen Kameramodelle und auch alle anderen Hersteller übertragen lassen. Das heißt, ich zeige euch erstmal, lese euch erstmal vor, welche entsprechenden Fragen mir Sven gestellt hat. Komplett in der Mail, dann wisst ihr auch, worum es geht, ob interessante Themen für euch dabei sind und werde sie dann Step-by-Step beantworten. Das heißt, wir fangen an. Hallo Rico, wieso habe ich trotz Stubby und einer Sechzigstel und oder einer Dreißigstel Sekunde unscharfe Bilder? Keine ganz scharfen Bilder, wenn ich im Display zoome. Ab und an funktioniert auch der Autofokus nicht richtig. Bei der spiegellosen Kamera habe ich ab und an nur Teile des Motivs in der Schärfe. Liegt es an der AF-Auto-Fokus-Einstellung oder auch am Nahbereich? Hast du eine Empfehlungsliste für die Nikon Z8 der Grundeinstellungen? Bei welcher Art von Motiv stelle ich die Parameter Blende, Zeit, ISO wie ein? Rauschen, Max, ISO? Wo finde ich die Informationen zum Nachlesen? Kann per Software das Bouquet erweitert werden bzw. erzeugt werden? Kann ich mit einem Grauverlaufsfilter den HDR-Effekt generieren? Das heißt, dunkle Stellen aufhellen und helle Stellen dunkler im Bild bekommen? Lieben Dank, Sven. Ihr seht schon eine wirklich sehr, sehr umfangreiche Mail, die wir jetzt mal Step by Step beantworten, weil die Fragen tatsächlich sehr, sehr gut sind und auf viele Bereiche der Fotografie zutreffen und ich auch schon tatsächlich viele ähnliche Fragen im einzelnen Bereich gestellt bekommen habe. Wir fangen an mit der ersten Frage, die natürlich viele beschäftigen sollte und auch ich immer wieder in dem Format Dein Bild im Fokus erkenne, dass Dinge unscharf sind beim Fotografieren. Ja, woran liegt das? In den meisten Fällen an der falschen Verschlusszeit. Sven hat jetzt hier aufgeführt, er fotografiert ja mit dem 24-120 und trotz Bildstabi hätte er bei einer 60. oder bei einer 30. Sekunde unscharfe Bilder. Tja, bei einer 30. Sekunde, da weiß ich schon, worauf der Sven abspielt. Und zwar ist er ja bei 24 Millimeter im Grunde mit dem Rückschluss von Brennweite auf Verschlusszeit immer noch in einem guten Bereich. So, wer jetzt sagt, was für ein Rückschluss von der Brennweite auf die Verschlusszeit? Im Grunde gibt es so eine Faustregel. Aber auch die, ihr Lieben, ist nicht in Stein gemeißelt. Diese Faustregel bezieht sich auf Vollformat-Kameras. Das heißt, man sagt im Grunde, wenn du entsprechend mit einer Brennweite fotografierst, sollte die Verschlusszeit maximal so lang sein, wie diese Brennweite ist. Das heißt, bei 24 Millimeter natürlich nicht eine 24, sondern dann die nächstmögliche, eine 25 Sekunde. Jetzt könnte der Sven sagen, habe ich ja verwendet. Ich habe jetzt aus der Hand fotografiert, eine 25 Sekunde hatte ich, war auch 24 Millimeter. Mein Bild ist trotzdem unscharf, auch wenn ich zusätzlich noch den Bildstabilisator eingeschaltet habe. Ja, ihr Lieben, moderne Kameras haben ja den Vorteil, dass die Objektive sind bildstabilisiert. Die Kameras, die Sensoren sind nochmal stabilisiert. Bis zu acht Blenden, zum Beispiel bei Canon, kann man rausholen, wenn man das Ganze entsprechend kombiniert. Nichtsdestotrotz liegt es meistens, das Problem hinter der Kamera, und zwar am Anwender. Denn diese Angabe, also die Ableitung von der Brennweite auf die maximal längste Verschlusszeit, das ist das Maximum. Das Maximum, was ihr wirklich bei optimalen Umgebungseigenschaften rausholen könnt. Das heißt, wenn du das anwenden willst, dann solltest du vielleicht die Kamera irgendwo aufgelegt haben, du solltest einen stabilen Stand dir suchen, du solltest sie angelehnt haben, oder, oder, oder. Jeder äußere Einfluss, der hier einwirkt, sei es ein Windhauch, der während der Auslösung hier passiert, sei es, dass du vielleicht doch mit dem Daumen zu doll drückst, mit dem Zeitefinger den Auslöser zu doll drückst. All das hat Einfluss auf dein Foto und kann dazu führen, dass dein Bild verwackelt ist. Noch schlimmer wird es, je mehr Brennweite ihr nutzt. Hier zum Beispiel 24 Millimeter, war ja im Gespräch. Je weitwinkliger, desto länger ist es möglich, außerhand verwackelungsfrei zu fotografieren, aber auch hier nicht immer ans Maximum gehen. Ja, warum? Nehmt eine Auflage, nehmt ein Stativ, was auch immer. Noch schlimmer ist es im Telebereich. Je mehr ihr in den Telebereich kommt, je größer der Bildausschnitt dargestellt ist, also je kleineren Bildausschnitt, je größer das Motiv dargestellt ist, desto kürzer muss die Verschlusszeit sein. Eben hier auch beim 120 Millimeter, Minimum, absolutes Minimum, 120 Sekunde. Mal als kleiner Anhaltspunkt, wenn ich Hochzeiten fotografiere und da fotografiere ich ja nicht immer mit 120 Millimeter, sondern eben auch mit 35, da nutze ich gerne zum Beispiel das 24 105 von Canon, gehe ich niemals unter eine 240 Sekunde aus der Hand, um eben unscharfe Bilder zu vermeiden. Normal könnte man sagen, ja, aber könntest du ja bei einer 35 fotografieren, wenn du entsprechend, dann kannst du mit dem ISO runtergehen. Kommen wir auch gleich zu, war ja auch eine Frage mit dem ISO. Nein, wenn ihr knackscharfe Fotos haben wollt, geht nicht immer ans Maximum eurer Kamera. Dann kann es nämlich passieren, dass die Fotos entsprechend unscharf sind. So, das heißt, hier entsprechender Kehrwert, Brennweite zur maximalen Verschlusszeit. Ich würde da niemals immer rangehen und dann hoffen, dass du jetzt das Maximale rausgeholt hast und jetzt auch das maximal scharfe Foto bekommst. Auch mit Bildstabilisator ist das nicht immer möglich. Und eine zweite Fehleinnahme, die viele haben, ist ja, dass der Bildstabilisator auch dafür da ist, dass sich bewegte Objekte, die quasi eine Bewegungsunschärfe auf dem Bild erzeugen, dass die das auch ausgleichen. Das machen sie nicht. Der Bildstabilisator kann nur das ausgleichen, hier, das hier, das gleicht ein Bildstabi aus. Wenn sich etwas bewegt, deine Verschlusszeit zu kurz ist, du hältst drauf, es bewegt sich vor deiner Kamera, vor dem entsprechenden Hintergrund, den du fotografierst, hinter dem Vordergrund, dann ist das unscharf, weil die Belichtungszeit einfach zu lang war dafür. Dann musst du eine angepasste, entsprechende, sehr, sehr kurze Verschlusszeit wählen. Damit, glaube ich, sollte das erste Problem schon mit der Unschärfe geklärt sein. Nicht zu kurze Verschlusszeiten, beziehungsweise zu lange Verschlusszeiten nehmen, also zu kurz, zu klein von der Zahl, zu lange Verschlusszeiten nehmen, sondern lieber noch einen draufgeben, bisschen kürzer belichten. Okay, keine ganz scharfen Bilder, wenn ich im Display zoome. Die modernen Displays sind schon ziemlich gut von unseren Kameras. Ja, also normales Display, da hat schon eine Auflösung, da hättest du vor zehn Jahren noch von geträumt. Aber dennoch wirst du bei solch einem kleinen Display auf der Kamera keine finale Aussage darüber treffen können, ist mein Bild jetzt scharf oder ist es nicht scharf. Das ist maximal so, maximal kannst du sagen, okay, total verschwommen oder, ja, gut. Die finale Aussage, wie scharf dein Foto ist, kannst du nur an einem entsprechend großen Bildschirm mit einer entsprechenden Auflösung machen. Ob es ein Laptop ist, ob es vielleicht auch ein Tablet ist, da geht es auch. Ob es entsprechend dann dein PC, dein stationärer PC zu Hause ist. Alles andere ist nur Pi mal Daumen. Da kannst du nicht drüber urteilen, auf dem Display ist es scharf oder ist es nicht scharf. Das stellt sich auch ganz einfach heraus, kann jeder mal testen, macht es mal auf dem Display. Und da sind ja viele auch, die gehen ja dann auf hier 100% und dann, ja, aber irgendwie da und hast du nicht gesehen. Das könnt ihr vergessen. Euer Display ist zum Bildaufbau da. Ihr habt die Anzeigen, die ihr braucht zum Fotografieren. Eure Werte werden angezeigt. Ihr müsst gucken, hat tatsächlich die Kamera diesen Fokuspunkt auch richtig erreicht? Wird da fokussiert, wo ich es haben möchte? Und wenn ihr dann feststellt auf eurem Laptop, auf einem großen, gut ausgeleuchteten Bildschirm, da stimmt irgendwas mit der Schärfe nicht und ich weiß aber genau, da war es, dann kann es auch vielleicht an einem Defokus eures Objektives liegen. Aber zu sagen, ich kontrolliere das jetzt auf dem Display meiner Kamera und da bin ich mir nicht sicher, ist es scharf oder nicht, ist es kein guter Ratschlag. Das heißt, das kannst du nicht unbedingt als Anhaltspunkt nehmen. Ab und an funktioniert der Autofokus nicht richtig. Und das kombinieren wir mal gleich mit der nächsten Frage. Bei der spiegellosen Kamera, gehe ich mal von aus, habe ich ab und an nur Teile des Motivs in der Schärfe. Liegt das an der Autofokuseinstellung oder auch am Nahbereich? Ja, wenn ich mir die Frage so ein bisschen zu Gemüte führe und versuche da reinzusteigen, was du genau meinst, glaube ich, dass das Problem, was du ansprichst, im Grunde die Unschärfe in der Tiefe ist. Also das Bouquet, die Offenblende. Nochmal zum grundlegenden Verständnis. Auch das ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Auch Fotos, die eingereicht werden, haben dann ein Schärfeproblem, wo man sehr schnell sieht, okay, ja, Blende zu weit aufgemacht. Da kannst du das Motiv eben nicht durchgehend scharf abbilden. Das heißt, wie funktioniert die Blende bzw. welche Auswirkungen hat sie? Das ist ziemlich einfach erklärt. Je offenblendiger du fotografierst, je mehr Licht kommt auf deinen Sensor. Das heißt, du kannst auch bei schlechten Lichtverhältnissen natürlich super gut belichtete Fotos machen. Aber die Offenblende hat natürlich einen Nachteil. Und zwar der Bereich in der Tiefe. Ihr müsst euch entsprechend dreidimensional reindenken in eure Kamera. In der Tiefe des Bildes, das heißt die Schärfentiefe, ist im Grunde in Ebenen, könnte man sagen, aufgeteilt. Mache ich die Blende sehr, sehr weit auf, dann ist die Ebene, der Bereich, der jetzt zwischen diesen beiden roten Markierungen liegt, ungefähr so groß. Es hängt noch ein bisschen davon ab, bevor jetzt wieder einer schreibt, du hast das nicht angesprochen, natürlich, wie weit ist die Kamera vom entsprechenden Motiv entfernt, wie weit ist das Motiv vom Hintergrund entfernt, all das, ja, ja, sehr interessant. Wenn du die Blende sehr weit aufmachst, entsteht ein Bereich der Schärfe in der Tiefe deines Bildes, der ungefähr so groß ist. Das heißt, du fotografierst mit deiner Kamera ein Objekt, sei es diese Kamera. Jetzt sagst du, Mensch, oh, Licht hier im Studio ist nicht so gut. Na, mach mal die Blende ein bisschen auf. Blende 2.8, Blende 1.8, was auch immer. Dann entsteht solch ein Bereich. Und der Bereich, der hier zwischen ist, der ist scharf. Das heißt, du setzt den Fokuspunkt hier oben zum Beispiel an am Blitzschuh oder hier vorne am Auslöser. Wir nehmen mal den Blitzschuh, das erklärt sich besser. Dann ist bei deiner Blende 2.8 genau dieser Bereich hier, der ist scharf. Was hier vorne ist, was hier ist und auch diese Spitze, weil du musst immer dreidimensional denken, das ist schon unscharf, weil es liegt nämlich außerhalb dieses sehr, sehr dünnen Fokusbereiches in der Schärfe des Bildes. Schließt du deine Blende auf Blende 8, vergrößert sich dieser Bereich. Blende schließen, weniger Licht, aber mehr Tiefe, mehr Schärfe in der Tiefe, also mehr Schärfentiefe. Und je mehr du das öffnest, je weiter du es öffnest, desto größer wird dieser Bereich bei gleichbleibendem Fokuspunkt. Das heißt, hier den Fokus gesetzt auf dem Blitzschuh, kleine Blende, ist nur dieser kleine Bereich scharf. Blende, geschlossen, wird immer mehr scharf, immer mehr scharf, immer mehr scharf. Das heißt, Offenblende, nicht nur Vorteile, sondern natürlich auch Nachteile, wenn du in der Tiefe deines Bildes viel schärfer haben möchtest. Das ist oft ein Irrglaube und wird nicht richtig verstanden und deswegen, das entnehme ich mal so ein bisschen der Frage, wegen dem Mindestabstand auch. Klar, der Vordergrund ist auch unscharf, genau wie das Bouquet im Hintergrund. Es kann natürlich auch daran liegen, dass deine Kamera, aber da würde sie gar nicht anfokussieren, entsprechend den Mindestfokusabstand unterschritten hat. Viele Objektive haben einen entsprechenden Mindestfokusabstand. Das heißt, die Kamera muss ab einem bestimmten Fokuspunkt, ab einer bestimmten Distanz zum Fokuspunkte sein, um überhaupt richtig anfokussieren zu können. Und erst dann ist bei den meisten Kameras, das ist im Grunde eine Grundeinstellung, es möglich zu fotografieren. Normalerweise sperren die Kameras und sagen dir, ist kein Fokus, kannst auch kein Bild machen. Das kann man manuell ausschalten, würde ich tatsächlich aber nicht machen, weil dann hast du ja das Problem, dass du ja gar nicht auf deinem kleinen Display sehen kannst. Wie scharf ist mein Foto? Das heißt, größtes Problem, Blende. Ja, Irrglaube, Blende immer schön aufreißen. Blende 2.8, 1.8, 1.2, was er hergibt. Ja, schön viel Licht auf dem Sensor, aber nur so eine kleine? Naja, geht es ja. Okay, hast du eine Empfehlungsliste für die Nikon Z8 der Grundeinstellungen? Lieber Sven, ich weiß deine Frage wirklich zu schätzen. Ich selbst habe die Nikon ZFC, weil sie mir einfach optisch gut gefallen hat. Bin gerne mal damit unterwegs. Aber ich habe keine Z8. Ich weiß auch nicht, wie du darauf kommst, weil ich habe sie auch noch nicht getestet. Aber das ist trotzdem eine gute Frage und die ist tatsächlich übergreifend, weil solch eine Frage ich immer wieder bekomme. Hast du für die Canon RSR, R6 Mark II, für die R7, die du jetzt hast, hast du so eine Grundeinstellliste? Komm, gib mal so eine Liste. Ja, du hast die doch als Fotograf. So eine Liste. Kennt ihr doch? Die Listen, wo eben alles genau draufsteht. Es gibt keine Liste, wo du sagst, das ist die Einstellung, die du jetzt in dieser Situation machen musst. Man könnte so die Faustregel nehmen. Ja, Sonne lacht, nimm Blende 8. Ja, aber was für eine Verschlusszeit? In welchen ISO? In welcher Situation bin ich gerade? Was fotografiere ich denn gerade? All das sind wichtige Voraussetzungen, um zu wissen, in welcher Situation du was einstellen musst. Und da ist die Grundvoraussetzung, ihr Lieben, Belichtungsdreieck. ISO, Blende, Verschlusszeit. Diese drei Dinge müssen ineinandergreifen. Und die müssen je nach Situation ineinandergreifen. Deswegen kannst du nicht sagen, jetzt bin ich am Strand und du nimmst das. Ja, was möchtest du fotografieren? Soll jetzt alles scharf sein? Hast du einen Stein im Vordergrund? Soll der scharf sein? Möchtest du eine längere Belichtung haben, weil du eine Fließbewegung im Wasser festhalten möchtest? Ich möchte eine Person fotografieren. Wie möchtest du denn fotografieren? Soll der Hintergrund schön unscharf sein? Möchtest du ein Bouquet haben? Soll aber im Hintergrund, weil du vielleicht eine Gruppe fotografierst, sollen die auch in der vierten Reihe noch scharf abgebildet sein? Dann Grundkenntnisse des Belichtungsteigs. Wie wirkt sich die Blende aus? Ja, nicht nur mehr Licht, sondern, naja, ihr wisst schon. Wie wirkt sich die Verschlusszeit aus? Ja, habe ich eine zu geringe Verschlusszeit? Habe ich ein verwackeltes Bild? Habe ich eine zu kurze Verschlusszeit? Habe ich vielleicht keinen entsprechenden Fließeffekt im Wasser oder einen anderen Effekt nicht erzeugt? Also, aus meiner Sicht gibt es keine Grundeinstellungstabelle, wo ich jetzt sagen kann, herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer Kamera, hier ist Ihre Tabelle. Ja, stellen Sie das mal alles so ein. Sondern tatsächlich ist es so, an viele unterschiedliche Situationen musst du deine Kamera anpassen oder versuchst es vielleicht, und das ist ein sehr, sehr guter Lerneffekt, Automatik, vergesst es. Aber nutzt mal die halbautomatischen Programme. Geht mal in die Verschlussautomatik oder mal in die Blendenautomatik. Und dann versucht mal verschiedene Dinge und merkt euch, schaut euch an, was schlägt mir jetzt die Kamera hier vor? Wenn ich zum Beispiel in einer bestimmten Lichtsituation bin und ich nehme die entsprechende Verschlussautomatik, dann stelle ich die Blende ein. Ich mache jetzt mal eine Offenblende 2.8, dann gucke ich doch mal, wie schnell oder wie lang ist jetzt meine Verschlusszeit der Kamera? Was schlägt sie mir jetzt in der Situation vor? Da lernst du am besten dazu. Nicht darauf verlassen, dazulernen. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, es spricht auch nicht unbedingt etwas, in hektischen Situationen eine Halbautomatik zu nehmen. Auf einer Hochzeit bin ich meist in Halbautomatik unterwegs, weil sich entsprechend die Situation, die Lichtsituation so schnell ändert. Du drehst dich links, du drehst dich rechts. Das kannst du manuell nicht einstellen, weil du darfst den Moment nicht verpassen. Da bist du gut aufgestellt, wenn du mit einer Halbautomatik unterwegs bist. Die kannst du in gewisse Grenzen, Schranken weisen. Da kommen wir gleich als nächstes zu. Das heißt, grundlegend eine Liste, wo draufsteht, ja, herzlichen Glückwunsch, diese Einstellung musst du vornehmen, dann wird dein Foto was. Nein, du hast ja viele kleine Helferlein auch in der Kamera. Belichtungsanzeige ist die Belichtung korrekt. Du hast das entsprechende Einstellungsmöglichkeiten. Du kannst die Belichtung korrigieren. Du hast das Histogramm. All das sind ja Helferlein, die du nutzen musst, um die Einstellungen, Belichtungsreieck, aufeinander abzustimmen, damit dein Foto auch vernünftig wird. So, also eine generelle Liste kann ich dir leider nicht geben. Wüsste ich auch nicht, wo es die gibt. Ja, wenn es die gibt, wird die auch in vielen Situationen eben nicht passen. Bei welcher Art von Motiv? Stelle ich die Parameterblendezeit ISO ein und rauschen Max? Im Grunde beantwortet, ja, die Frage, oder ist ja schon im Vorhergang beantwortet worden. Also, es gibt jetzt kein, was stelle ich ein bei was? Also, wenn sich was schnell bewegt, musst du eine kurze Verschlusszeit haben. Im Berg brauchst du keine kurze Verschlusszeit. Zu lang darf sie aber auch nicht sein. Musst du ein Stativ nehmen aus der Hand, hast du eine Verwackelung mit drinne und alles, was dazwischen ist, bewegt sich dann zwischen den entsprechenden Motiven, die du fotografieren willst. ISO Max ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Krieg oft gestellt. Was ist das Maximale, was du bei deiner Kamera einstellen würdest? Ich finde, das ist die falsche Frage. Denn, nehmen wir mal an, wir sind in einer Situation unterwegs. Wir haben jetzt unsere Blende schon so weit geöffnet. Oder wir mussten sie eben schließen, weil eben in der Tiefe nicht genug Schärfe da ist. Das heißt, wir sind nicht auf einer Blende 2.8, weil sonst nur hier unscharf, da unscharf, nur das scharf, sondern wir mussten abblenden. Blende 4. Dann haben wir eine Verschlusszeit, die wir eben nicht verlängern können oder auch nicht verkürzen können. Wir müssen eine bestimmte Verschlusszeit haben. Das heißt, ich kann jetzt nicht mit einer 30. fotografieren oder mit einer 60., sondern ich brauche eben eine 240., 250., was auch immer ihr eingestellt habt. Ich brauche die. Dann habe ich als letzten Parameter, um mein Bild richtig zu belichten, nur noch den ISO. Und dann ist zum Schluss ja die Frage, nicht, was ist der maximale ISO, den du einstellen würdest, sondern, was kann meine Kamera? Und will ich ein Bild oder will ich kein Bild? Bei der Frage nach dem maximalen ISO ist eigentlich die Frage im Vordergrund, will ich in dieser Situation noch ein Bild machen können oder will ich keins mehr machen können? Denn lieber ein verrauschtes Bild, das kannst du nämlich heute gut nacharbeiten in unterschiedlichen Softwarelösungen. Foto AI habe ich euch vorgestellt. Lightroom hat das schon gut. Andere Softwarevarianten machen das auch. Du kannst sehr gut entrauschen. Es wird immer, geht der ISO ein bisschen hoch, verlierst du immer ein bisschen an Details. Das wird aber heute wirklich schon gut rausgearbeitet. Das heißt, die Frage sollte nicht lauten, was ist mein maximaler ISO, den ich einstellen kann, sondern will ich in dieser Situation dank des ISOs, so ist eigentlich die Frage, man müsste sich bei seiner Kamera bedanken. Liebe Kamera, dank des hohen ISOs, den du abkannst, konnte ich in dieser Situation noch ein Foto machen. Das heißt, was für dich natürlich das Maximum ist, wo du sagst, nee, da will ich gar nicht mehr fotografieren, das musst du, wenn du das so sehen willst, ich sehe es anders, dann musst du das entsprechend mal austesten. Mach mal dunkel mal einen Raum ab, geh mal mit der Verschlusszeit hoch und runter, dass du mit dem ISO spielen kannst und sag, okay, da ist für mich Schluss. Allerdings wirst du dann Situationen haben, wo du eben die anderen beiden Parameter, Verschlusszeit und Blende, nicht mehr verändern kannst und dann musst du den ISO in Kauf nehmen. Das heißt, maximal ISO, finde ich, würde ich keinen Tipp geben. Niemals. Denn besser ein Foto haben, besser ein Vorausschussfoto hast, gar kein Foto. Das ist einfach so. Dann gehen wir weiter. Und zwar, Bouquet-Frage. Auch eine interessante Frage. Kann per Software Bouquet erzeugt werden? Ja, na klar, jedes Smartphone macht das heute schon. Ja, jedes Smartphone arbeitet ja heute nicht, in den meisten Fällen nicht mit einer Blende, wie wir sie kennen, aus einem Objektiv, sondern das Ganze wird per AI rausgerechnet, per künstliche Intelligenz. Das heißt, da gibt es eine entsprechende Erkennung. Ja, ich kenne es vom iPhone, da kannst du ja filmen und nachträglich das Bouquet verändern. Das ist krass, oder? Wenn das gehen würde, Kamera. Das heißt, es ist natürlich nur ein fiktives Bouquet und ich finde, man sieht es auch. Gerade in kritischen Stellen, so, wo viel ist, was rausgerechnet werden muss, Haare, etc., Ohren. Manchmal siehst du so Fotos, schön mit dem iPhone gefilmt, tolles Bouquet im Hintergrund, also so ein Pseudo-Bouquet und die Ohren sind weg, ja, die sind auch mit unscharf. Ja, weil die Software es eben nicht richtig erkannt hat. Also ja, das gibt es auch. Lightroom bietet es ja an, aber aus meiner Sicht nicht das gleiche, als würdest du es so fotografieren und in vielen Situationen tatsächlich auch umständlich und oftmals eben, es ist nicht der gleiche Effekt. Es gibt Software, die kann das. Mehr schlecht als recht, wie ich finde. Ist möglich. Ich würde an der Stelle tatsächlich dann aber lieber auf wirklich eine Offenblende mit entsprechender Bouquet-Erzeugung beim Fotografieren setzen. Kann man mit einem Grau-Verlaufsfilter den HDR-Effekt generieren, das heißt dunkle Stellen auffällen und helle Stellen dunkler im Bild hinbekommen? Die Frage finde ich lustig, denn im Grunde genommen ist die Frage eigentlich falsch formuliert, wie ich finde. Im Grunde sollte sie heißen, kann die HDR-Funktion und das gleiche wie ein Verlaufsfilter. Also die Frage ist falsch herum gestellt. HDR. Was ist ein HDR? Das heißt, mit vielen neuen Kameras kannst du ein HDR machen. HDR ist eine Belichtungsreihe, das heißt, die Kamera misst die Belichtung im ganzen Bildausschnitt, macht dann mehrere Fotos. Beim ersten Foto ist der Vordergrund, der eigentlich ziemlich dunkel war, wenn der Himmel richtig belichtet wäre, da ist der Vordergrund richtig belichtet. Beim nächsten Foto ist der Himmel, der sehr hell ist, wenn du reinguckst, weil du einen Sonnenuntergang fotografierst, der auf dem Bild eigentlich zu hell wäre, ist der richtig belichtet. Wenn du dir all diese Fotos, je nachdem, was du eingestellt hast in deiner Kamera, kannst du ja zwischen 2, 3, 4, 5, die ganze HDR-Reihen kannst du machen und man schaut sich jedes Foto an, dann ist jedes Foto nicht durchgehend richtig belichtet, weil die Kamera natürlich dann versucht, mit vielen einzelnen Belichtungsreihen entsprechend problematische Bereiche im Bild richtig zu belichten. Das Ganze wird dann, wie heute schon kameraintern, übereinander gelegt. Es werden viele Momente übereinander gepackt, um dann ein finales Bild zu erhalten, in dem alle Belichtungsbereiche, die entweder unterbelichtet oder überbelichtet sind, dann richtig belichtet sind. Das kann man machen, das geht relativ gut, aber es gibt eben viele Komplikationen, wenn du bewegte Objekte hast, wenn du am Wasser bist, wenn Wind ist, wenn du einen Wasserfall fotografieren willst und, 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 da ist sowas alles ziemlich schwierig. Das heißt, in solchen Situationen setze ich definitiv auf einen entsprechenden Verlaufsfilter. Was macht dann ein Verlaufsfilter? Verlaufsfilter gibt es ja unterschiedliche entsprechende Verlaufsfilter hier, Reverse GND. Im Grunde ist es ein ND-Filter, der im unteren Bereich nicht abgedunkelt ist, da ist er transparent und im oberen Bereich gibt es unterschiedliche Verläufe, auch unterschiedliche Stärken. ND8, ND16, es ist je nach Hersteller auch noch unterschiedliche Kennzeichen, entweder hast du ein 0,9er oder ein 1,2er, aber wer die entsprechenden Umrechnungstabellen kennt, bei mir im Buch liegt zum Beispiel auch eine bei, der weiß im Grunde ist es nichts anderes, nur die Bezeichnung ist halt anders. So, das eine ist eben, die Bezeichnung ist anders. Ich packe auch mal den Link zu meinen Buchrunden rein, das wird jetzt zu weit führen. Das heißt, ich habe unterschiedliche Übergänge für unterschiedliche Situationen. Reverse ist zum Beispiel für eine Situation, wenn du am Wasser bist, Horizont, entsprechend die Sonne geht auf oder unter, dann ist der hellste Bereich im Bild über dem Wasser. Nach oben hin wird es wieder ein bisschen dunkler, dafür nimmst du zum Beispiel ein Reverse GND. Es gibt ein Hard GND, es gibt ein Soft GND und wie sie alle heißen und all diese Filter sind dafür da, um den entsprechenden Helligkeitsunterschied in deinem Bild auszugleichen. Du siehst ja, hier im unteren Bereich, hier im oberen, unteren Bereich ist keine Abdunklung, im oberen ja. Stell dir vor, du bist am Wasser, der untere Bereich ist entsprechend nicht beeinflusst durch den Filter, das heißt, du kannst deine Belichtung auf den unteren Bereich, zum Beispiel den Strand, einen Ast vorne im Strand ausrichten, schiebst dann deinen Filter ein und damit dunkelst du den oberen Bereich, zum Beispiel den Sonnenauf, Sonnenuntergang ab und zwar so weit ab, dass das Licht, was sich jetzt in deinem Bild befindet, in den Dynamikumfang deines Bildsensors passt. Jede Kamera hat ja einen Dynamikumfang des Sensors und wenn du so helle oder sehr dunkle Bereiche hast und du kriegst die nicht überein, das heißt, dass nicht alles richtig belichtet ist, passt es einfach vom Helligkeitsunterschied, vom Kontrastunterschied nicht in den Dynamikumfang deines Bildsensors und mit einem Rechteckfilter, mit einem Verlaufsfilter passt du genau das an. Du machst quasi die Bildsituation in deinem Foto, die Kontrastsituation, die passt du auf den Dynamikumfang deines Sensors an und unterm Strich, ja, könnte man fast sagen, dass das HDR was ähnliches macht, nur du bekommst hier ein Foto, ein Foto, das ein Ausgangsfoto ist, mit einer guten, mit einem sehr, sehr guten Dynamikumfang. Das heißt, die Bearbeitung unterm Strich mit einem entsprechenden Verlaufsfilter ist immer einfacher, weil du auch hier nicht am Grenzbereich bist. Du musst nicht viele Momente übereinander packen, du hast ein einziges Bild, in dem du alle Lichtinformationen gespeichert hast. Nichts unterbelichtet, nichts überbelichtet, im besten Fall. Ja, je nachdem, welchen Filter du gewählt hast oder in welcher Situation du unterwegs warst. Ja, das waren sie. Deine Fragen, lieber Sven. Ich hoffe, ich habe sie ausführlich beantwortet. Im Grunde habe ich ja schon viele Fragen in einzelnen Videos auch mal beantwortet, aber hier nochmal ein kurzer Abriss zu all deinen Fragen und ich bin mir sicher, dass es den ein oder anderen tatsächlich auch interessiert hat, auch weitergeholfen hat, denn viele dieser Einzelfragen habe ich tatsächlich auch schon bekommen, ob auf Instagram oder auch per Mail. Und da möchte ich am Schluss noch eine Kleinigkeit ansprechen. Bitte, Ihr Lieben, seht es mir nach, wenn ich nicht jede E-Mail überhaupt oder auch ausführlich beantworte. Auch bei Instagram. Ich kann nicht jede Anfrage so ausführlich beantworten, wie ihr es euch vielleicht wünscht. Das ist nicht, weil ich da keinen Bock drauf habe, sondern tatsächlich ist es so und ihr seht es ja anhand dieser Anfrage, dass sie oft sehr, sehr speziell sind. Auch oft zu diversen Kameras, zu Objektiven, zu Kombinationen. Ich kriege die Anfrage, ich würde mir gern das, das oder das. Welches ist das Beste und erkläre mir bitte, warum ist es das Beste und warum sollte ich mir das kaufen? Das ist, ich habe es vor kurzem jemandem geschrieben, man muss das leider auch mal so sagen, also ich bin kein persönlicher Verkaufsberater für jeden einzelnen Zuschauer. Ich greife gerne Sachen auf in Videos, wo ich Vergleiche mache für die breite Masse, aber ich habe leider nicht die Zeit, für jeden persönlich so eine umfangreiche persönliche Beantwortung zu machen, die ja unterm Strich kostenlos ist. Wo kriegt man solche Informationen sonst her? Das ist ganz einfach. Du möchtest zum Beispiel zwei Objektive vergleichen, du möchtest zwei Kameras vergleichen, gibt es tolle Websites, Versus, ja, gib mal einen, hier, Canon EOS, haste, Versus, haste, dann kriegst du eine Website, die heißt Versus. Da werden genau diese technischen Daten natürlich dann entsprechend gegenübergestellt, kann man sich selber ein Bild machen. Ich weiß das zu schätzen, dass ihr mir die Fragen stellt, ich finde das auch gut und nach meinen Möglichkeiten, auch nach meinen zeitlichen Möglichkeiten, beantworte ich das auch gerne, aber einiges geht leider nicht und einige Sachen würden sich tatsächlich auch selbst beantworten, wenn man mal eine große Suchmaschine betätigt. Auch hier war ja eine Frage, wo kriege ich solche Informationen, wo kann man die nachlesen? Ja, wo kann man die nachlesen? Das wäre doch gut, wenn es so eine weltweite Vernetzung von Informationen geben würde, die für jeden zugänglich sind. Ich hab's, das gibt's ja schon, ist das Internet. Also, ein bisschen Ironie darf auch sein am Ende des Videos, ihr Lieben, denn es ist oftmals so, dass ich Fragen gestellt kriege, die dann ich auch gar nicht weiß, sondern ich google die. Ich gebe eure Frage bei Google ein, schicke sie dann zurück und dann habt ihr eure Frage beantwortet. Aber auch das ist halt ein Umweg, der ja gar nicht sein müsste, wenn es nicht super spezial ist. Das heißt, ihr Lieben, seht's mir nach, wenn ich jede Frage ausführlich und sofort und oft auch am Wochenende ja gestellt, Samstag gestellt, Sonntag gibt's schon eine neue Mail mit lauter Fragezeichen, du hast doch gar nicht mehr nötig zu antworten, und ja, ihr Lieben, ihr habt's ja gesehen an dem Beispiel und davon erreiche ich mich täglich viele, viele Anfragen. Es ist einfach für mich nicht möglich, kostenlosen permanent Support hier zu geben und zu gewährleisten. Es gibt bei mir auf der Website, dafür habe ich es im Grunde auch mal eingerichtet, die Möglichkeit, ihr könnt euch einen Slot buchen und da könnt ihr mit mir dann entsprechend über euer Thema sprechen. Und ich mache dann so wie jetzt, nur als 1 zu 1 Betreuung, kann ich euch gerne all diese Fragen beantworten. Aber auch meine Zeit ist für den Tag begrenzt. Mein Tag hat auch 24 Stunden, die eine oder andere schlafe ich davon und in der anderen Zeit muss ich irgendwie versuchen, meine Rechnung zu bezahlen. Ja, aber nur das als Hinweis, das heißt, wenn ihr spezielle Fragen habt, könnt ihr gerne über mein Webshop-System gehen und natürlich, es kostet ein bisschen Geld, aber ihr bekommt dann von mir eine fachkundige Auskunft. So, ihr Lieben, ich hoffe, das kleine Video, die Beantwortung der Fragen, hat auch teilweise eure Fragen beantwortet zum Thema Fotografie. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst mir dafür gern einen Daumen hoch da. Und wenn wir uns künftig in einem meiner neuen Videos wiedersehen wollen, völlig kostenlos und ihr habt es noch nicht getan, dann abonniert an dieser Stelle gerne meinen Kanal. Ihr Lieben, ich danke euch für's Zuschauen. In diesem Sinne, bis dahin. Ich glaube, ich brauche mal ein Hustenbonbon, oder? Das hat meine Stimme ja wieder. Ja, und die eine oder andere Nachricht werde ich auch noch beantworten jetzt. Das hat meine Stimme ja wieder. Ich glaube, das hat meine Stimme ja wieder. Vielen Dank.